Ich habe geraubt. Ich habe halt überlebt mit Rauben. Gehen, sehr viel gehen. Und wir haben immer in Ruinen gelebt. Ja, warum unterwegs? Zum Beispiel, weil ich mit 17 Jahren abgehauen bin von zu Hause. Weil ich in der Kindheit vermisshandelt worden bin und weil das Geheimnis nie herausgesprochen sein dürfte, ich war irgendwie in der Sattgasse gelandet. Und habe ich dann wieder erlebt, diese Machtlosigkeit, diese Ohnmacht, die man erlebt, wenn man in solche Krallen kommt. Ich habe nur geträumt, ich werde sie alle umbringen, umbringen, umbringen. Immer mit Messer stechen. Und kurz danach, der erste Mann, der mich belästig hat, in ein Geschäft anfah. Was tragen Sie denn da? Und Tappchen auf die Tutti habe ich dann reingefetzt. Das war das erste Mal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh, ja. Ich bin gespannt.